Willkommen zum zweiten Teil von Modul 5, Anwendungen verwalten. In diesem Teil werden wir uns mit Win32-Anwendungen beschäftigen. Die Windows-Plattform bietet sehr viel Flexibilität in Bezug auf die Art von Anwendungen, die wir installieren und verwenden. Mit der Flexibilität kommt aber auch die Komplexität. Komplexität in der Art und Weise, wie wir diese Anwendungen installieren werden. App-Installers können verschiedene Formate haben. Einige haben einen traditionellen MSI-Installer, andere haben ausführbare Dateien oder Skripte, die mehrere ausführbare Dateien aufrufen. Wir haben eine Möglichkeit gebraucht, diese komplexeren Anwendungen von Intune bereitzustellen. Deshalb haben wir einen Assistenten für Windows 10 erstellt, die sogenannte Intune-Verwaltungserweiterung. Durch den dedizierten Assistenten, der diese Installation durchführt, haben wir die Flexibilität, um komplexe Lösungen zu installieren. Mit Win32-Apps können wir beispielsweise Exit-Codes festlegen. Wir können angeben, ob die App im System oder im Benutzerkontext installiert werden soll. Es gibt außerdem eine ausgeklügelte Methode, um festzustellen, ob wir Anforderungen erfüllen, bevor wir eine App installieren. Und Erkennungsregeln, um festzustellen, ob eine App tatsächlich korrekt installiert wurde. Wir haben auch die Möglichkeit, Abhängigkeiten zu definieren und wir können Fristen und das Niveau für die Endnutzerbenachrichtigungen festlegen. Für die Erstellung von Win32-Anwendungen nutzen wir ein Pre-Preparation-Tool. Dieses Tool erlaubt es Ihnen, einen Quellordner anzugeben, in dem Sie all Ihre Quellen haben. Das Tool verschlüsselt und komprimiert dann den Inhalt und generiert eine Win32-Anwendung. Es gibt vier verschiedene Schritte, um unseren Inhalt vorzubereiten. Zuerst müssen wir ein Tool herunterladen. Dieses Tool ist das Win32-Prep-Tool. Sobald wir es heruntergeladen haben, können wir es mit bestimmten Parametern ausführen. Das Tool generiert dann ein App-Manifest. Es verschlüsselt die Daten, komprimiert sie und generiert dann die einzelne Datei, die eine Intune-Win-Erweiterung hat. Sobald das Win32-App-Paket erstellt ist, können wir es in Intune hochladen. Indem wir eine neue Anwendung und verschiedene Eigenschaften für diese Anwendung vor der Bereitstellung definieren. Wir beginnen mit den Anforderungsregeln. Mit diesen können Sie bestimmte Bedingungen definieren, die erfüllt sein müssen, damit eine Anwendung von Intune auf ein Gerät übertragen wird. Dabei haben wir verschiedene Eigenschaften, die wir einfach definieren können. Zum Beispiel die nötige Betriebssystemversion, den nötigen Speicherplatz und auch komplexere Eigenschaften wie Registrierungs- oder Dateifahde. Wir können sogar PowerShell-Skripte nutzen, um zu bestimmen, ob das Gerät die Anwendung erhalten soll oder nicht. Achten Sie darauf, dass diese Eigenschaften alle von Klienten und in Echtzeit ausgewertet werden, bevor Inhalte heruntergeladen werden. Wenn der Klient die Anforderungen erfüllt, wird der Download und danach die Installation gestartet. Zusätzlich gibt es Erkennungsmethoden, mit denen festgestellt werden kann, ob die Anwendung korrekt installiert wurde. Dies ist eine sehr kritische Eigenschaft. Wenn Sie die Erkennungsmethoden nämlich nicht richtig definieren, besteht das Risiko, dass Intune installierte Anwendungen nicht als diese anerkennt. Das Endergebnis ist, dass Intune die Anwendung so lange an den Klienten weiterleitet, bis die Anwendung erkannt wird. Nehmen Sie sich deshalb Zeit und stellen Sie sicher, dass die Erkennungsmethoden korrekt ausgefüllt sind. Wie bei den Anforderungsregeln können wir auch hier verschiedene Erkennungsmethoden definieren. Einschließlich, ob es ein MSI oder ein Installer ist oder den Datei- oder Registrierungsfad. Mit PowerShell-Skripten haben wir auch komplexere Definitionen, sodass wir erkennen können, ob die Anwendung installiert wurde, basierend auf verschiedenen Eigenschaften, die wir im Skript selbst definieren können. Mit Abhängigkeiten können wir angeben, ob eine Anwendung von anderen Win32-Anwendungen abhängt. An diesem Punkt können wir außerdem definieren, ob die abhängigen Anwendungen automatisch installiert werden sollen. Wenn wir Abhängigkeiten verwenden, können wir auch die Abhängigkeitsanzeige nutzen, um komplexe Lösungen in einer grafischen Darstellung aller abhängigen Anwendungen sehen zu können. Der letzte Teil ist das Targeting. Auch mit dem Targeting haben wir eine große Flexibilität. Wenn wir den Sicherheitsgruppen eine Anwendung zuweisen, dann können wir eine Installationsangabe wie erforderlich, verfügbar oder deinstalliert machen und eine Gruppe einbeziehen oder ausschließen. Wir können die Toast-Einstellungen definieren, sodass unsere Endnutzer beispielsweise benachrichtigt werden können, wenn die App heruntergeladen wird oder wenn die Anwendung installiert ist. Außerdem können wir die Verfügbarkeit einer App festlegen, das heißt ein Datum und eine Uhrzeit, zu der die App auf den Klienten heruntergeladen wird. Zusätzlich können wir App-Installationsfristen festlegen, das heißt ein Datum und eine Uhrzeit, zu der die App installiert wird. Wenn die Anwendung einen Neustart erfordert, können wir eine Nachfrist festlegen, bevor der Neustart erzwungen wird. Zuletzt können wir dem Endnutzer erlauben, den Neustart auf einen günstigeren Zeitpunkt zu verschieben. Wie Sie sehen, ist dieser Prozess viel umfassender und komplexer als die Abläufe, die wir im ersten Teil dieses Moduls beschrieben haben. Als wir Store-Apps bereitgestellt haben, hatten wir eine sehr einfache Erfahrung. Da dieser Ansatz von Win32-Anwendungen komplexer ist, haben wir uns entschieden, die Erstellung von Win32-Anwendungen nicht in Intune for Education zu integrieren. Intune for Education ist auf Einfachheit ausgelegt. Aus diesem Grund werden wir das Microsoft Endpoint Manager Admin Center verwenden, um Win32-Anwendungen zu definieren. Sie sollten allerdings immer daran denken, dass Sie Intune for Education verwenden können, um Ihren Sicherheitsgruppen Win32-Anwendungen zuzuweisen. Nun wird es Zeit für unsere zweite Demo. In dieser Demo werden wir das Win32-Prep-Tool herunterladen und eine Anwendung mit einer MSI-Datei bereitstellen. Nach dem Umpacken erstellen wir die App-Definition im Microsoft Endpoint Manager Admin Center und machen sie für alle Benutzer verfügbar, sodass Sie im Unternehmensportal im Self-Service-Modus ausgewählt werden können. Ich sitze an einem Techniker-Gerät und rufe GitHub auf. Hier suche ich nach dem Win32-Prep-Tool, wähle den ersten Eintrag aus und fahre mit dem Herunterladen fort. Dann lade ich auch die Anwendung herunter, die ich auf meinem Gerät bereitstellen möchte. In diesem Fall wähle ich Microsoft PowerToys. Um die Inhalte vorzubereiten, werde ich diese MSI in einem separaten Ordner verschieben. Dann öffne ich die Eingabeaufforderung, von der aus ich Intune WinApp-Putil ausführe. Wenn wir dieses Dienstprogramm ohne Parameter ausführen, werden wir aufgefordert, verschiedene Dinge anzugeben. Das erste ist der Quellordner. Das zweite ist der Name der Setup-Datei. Und um den Ausgabeordner abzuschließen, werde ich die Ausgabe in denselben Ordner legen, in dem die ausführbare Datei zu Intune WinApp-Util ist. Der Inhalt wurde komprimiert und die Intune Win-Datei wurde erstellt. Das ist die Ausgabe. Jetzt können wir zum Microsoft Endpoint Manager Admin Center gehen und die Win32 App erstellen lassen. Wir wählen Apps und Windows aus. Ich werde eine neue Anwendung hinzufügen mit der Typbezeichnung Win32. Ich lade das Paket hoch, das wir gerade erstellt haben. Da ich eine MSI-Datei verwendet habe, kann ich Intune die Installation und den Installationsbefehl für mich vorbereiten lassen. Was sehr praktisch für mich ist. Ich fülle die Voraussetzungen aus und verwende die manuellen Erkennungsregeln und den Regeltyp MSI. Wie Sie sehen können, wird die Anwendung basierend auf dem hochgeladenen MSI-Produkt Code vorausgefüllt. Ich habe keine Abhängigkeiten. Ich gebe diese Anwendung als verfügbar für alle meine Nutzer an. Sie können so selbst im Self-Service eine Installation durchführen. Ich wähle erstellen aus. Jetzt ist die Anwendung für meine Endnutzer verfügbar. Wechseln wir also zu unserem Windows-Gerät, um zu überprüfen, dass Allison PowerToys selbst bedienen kann. Ich bin auf dem Allison-Gerät und öffne das Unternehmensportal, das wir in der ersten Demo bereitgestellt haben. Da wir die Anwendung zur Verfügung gestellt haben, sollte sie als empfohlene App geladen werden. Hier ist PowerToys auch schon. Ich wähle die App aus und installiere sie. Nach einer Minute wird die Anwendung heruntergeladen. Wir haben die Benachrichtigung aktiviert. Und dann wird die App installiert. Jetzt können wir es bestätigen und können sie öffnen und nutzen. Fassen wir noch einmal zusammen. In diesem Modul haben wir die Verwaltung von Anwendungen sowohl in Intune for Education als auch im Microsoft Endpoint Manager Admin Center behandelt. Wir haben damit begonnen, die verschiedenen Apps zu definieren, die wir mit Intune for Education bereitstellen können. Und haben dann in der ersten Demo Web Apps, Store Apps und Microsoft Erstanbieter Apps bereitgestellt. Das Ergebnis haben wir sowohl auf einem Windows als auch auf einem iPad Gerät überprüft. Im zweiten Teil sind wir auf Win32 Apps eingegangen. Wir haben über deren Zuständigkeiten und die Flexibilität gesprochen. Während der Demo haben wir eine Win32 App erstellt und sie als verfügbar für unsere Nutzer bereitgestellt. Allison konnte die Anwendung so selbstständig installieren und hat die Applikation selbst mit Hilfe des Unternehmensportals installiert. Auf dieser Folie finden Sie zusätzliche Links, die die Themen aus diesem Modul ausführlicher behandeln. Damit schließen wir Modul 5 ab. Im nächsten Modul werden wir über die Registrierung von Geräten sprechen. Wenn der Wun32 pin Podcast hätte, wäre es vielleicht noch nicht losgebirgene. 1 in 3, 5 an. 3 cm und 1 in 3 auf. 4 cm und 1 in 4 auf.